Ich dachte das Attacken geht sofort, das ist ein Talent. Ich habe vorhin gesagt, dass du immer direkt helixen kannst beim Attacken, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ein Talent, das man nehmen kann. Soll ich übrigens auch nehmen? Weil es 3, 4, also bestimmt 200 Schaden mehr beim Chunk. Ich habe immer gedacht, das ist fort. Oh mein Gott. Warte kurz, warte kurz. Nein, ich bin gesammt. Nein. Das war die Strafe direkt. Oh mein Gott. Das war direkt die Strafe.